Analysten nutzen technische Berechnungen für den Finanzsektor und ich nutze die Astrologie, um einfach zu sehen, was die Sterne für den Markt bereithalten. Herzlich willkommen, mein Name ist Jasmin Andres. Ich arbeite mit dem tropischen Tierkreis. In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in Bitcoin, Nvidia, Apple und wann besteht die größte Gefahr für ein Bankdesaster. Ich beantworte die Frage, wann ein neues Allzeithoch ausbrechen könnte. Ebenfalls möchte ich euch erklären, warum es zu solchen Schlagzeilen kommt und warum die Tech-Aktien im Augenblick auf den Verkaufslisten stehen. Mehr dazu nach dem rechtlichen Hinweis. Das Video stellt keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung dar. Sämtliche Inhalte dienen einzig zur Unterhaltung und spiegeln ausschließlich meine persönliche Meinung wider. Ich will euch meine Recherchen nicht vorenthalten. Es sind meine eigenen Berechnungen, die stehen auch in keinem astrologischen Buch. Wir sind in den Geburtswehen der Luftepoche und in einer großen kollektiven Veränderung. Hierfür sind vor allem die langsam laufenden Planeten ausschlaggebend. Zum besseren Verstehen habe ich Grafiken erstellt, die sich wie ein Puzzlestück für euch zusammenfügen. Alle 20 Jahre treffen sich Saturn und Jupiter. Die treffen sich 200 Jahre lang im gleichen Element. Danach gibt es einen Wechsel der Elemente. Man nennt es den Epochenwechsel. Dieser markiert wichtige Wendepunkte in wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Die Samenlegung, die Grundsteine der Luftepoche wurden in den Jahren von 1980 bis 2000 gelegt. Etwas wurde geboren. Was wurde geboren? 1980 war die Blütezeit der Heimcomputer und seit 1990 gibt es das World Wide Web. Von 2000 bis 2020, ihr seht es im grünen Abschnitt, war das der Abschluss der Erde-Epoche. Seit dem 21. Dezember 2020, ihr seht, was drunter steht, wie der Quantencomputer, 5G, Glasfaser und KI, sind wir in den Geburtswehen der Luftepoche. In der Luftepoche geht es um geistige Werte, Flexibilität, Digitalisierung. Es gab die Gründung von Fintech-Unternehmern und allein im Jahr 2021 gab es über 3500 neue Kryptos. Wichtig ist die Grate auf 0,29 Bogenminuten, 10 Bogensekunden im Zeichen Wassermann, an denen sich die beiden Planeten getroffen haben am 21.12. Das sind ganz bedeutende Energien, die eine wirtschaftliche Veränderung bringt. Ihr stellt euch einfach vor, ich laufe irgendwo zur Tür rein und habe jede Menge Matsch und Dreck an meine Schuhe. Der Nächste läuft ebenfalls rein und nimmt diese Energie, den Matsch und den Dreck mit und läuft weiter. Also dieser Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ihr werdet erst zum Schluss, kurz vor Ende des Videos, nochmal wissen, warum dieser so wichtig ist. Alte Strukturen werden ersetzt, wirtschaftlicher Zusammenbruch erfolgte. Drei Monate später kam Corona. Ab 2020 achte, digitale Revolution. Und jetzt zeige ich euch anhand von meiner eigenen Watchliste, wie der Aufwärtstrend zu erkennen ist seit dem Jahr 2020 in Form von Tech-Aktien. Naja, das sind die meiste in meiner Liste. Nvidia, Microsoft, Apple und so weiter. Ich habe den Bitcoin als Beispiel für Kryptowährungen gewählt, das sich etabliert hat und die Ereignisse in den Charts sehr gut nachzuvollziehen sind. Wenn ihr in Kryptowährungen investiert seid, achtet bitte darauf, welche Coins den Bewegungen des Bitcoins folgen. Und somit könnt ihr alles, was ich zum Bitcoin sage, für andere Coins ebenfalls nutzen. Welche Wirkungen der Epochenwechsel hat, zeige ich euch anhand von dem Bild wieder mit Bitcoin. Und da habe ich da einer 20.12.20 eingezeichnet. In dieser Grafik könnt ihr das wunderbar verfolgen. Der nächste bedeutende Planet für kollektive Veränderungen und die Finanzen ist Pluto. Pluto steht für das Finanzsystem, Schuldenkontrolle, Manipulation, wirtschaftliche Krisen, Machtkämpfe, Transformation des Finanzsystems. Er hat aber auch was mit Plutokratie zu tun. Plutokratie ist eine Regierung, die von den Reichen regiert oder von wohlhabenden Personen kontrolliert wird. Sie haben ein ganz großes Monopol bestreben. Wir sehen das im Augenblick am Mittelstand. Der Mittelstand geht absolut zugrunde, was von der Macht gewollt ist. Die Menschen werden gelockt im Internet und so weiter einzukaufen, damit Unternehmer wie Amazon etc. alles wachsen könnte. Durch die Einführung des digitalen Euros wird versucht, ein umfassendes Kontrollsystem zu etablieren. Anhand von den aufgelisteten Zeiten seht ihr, dass der Übergang noch nicht abgeschlossen ist. Pluto wanderte 2008 in das Zeichen Steinbock. Der Bitcoin wurde geboren und erstmals im Jahr 2009 gehandelt. September 2008 ging die weltgrößte Investmentbank Lehman Brothers pleite. Wir hatten eine Finanzkrise, das Geld vieler Bankkunden war weg. Bei den Mächtigen war es lange Zeit bekannt und Frau Merkel ist sogar am Höhepunkt dieser Katastrophe zur Kamera gelaufen und hat gesagt, euer Geld ist sicher. Wenn irgendjemand aus Regierungskreisen sagt, euer Geld ist sicher, dann überlegt, wie schnell ihr es holen wollt. Pluto ist die Transformation. Etwas geht zu Ende, etwas Neues wird geboren. Im März 2023 erlebten wir den nächsten großen Umbruch. Und zwar ist Pluto nach 248 Jahren in das Zeichen Wassermann gewechselt. Wassermann ist ein Luftzeichen, steht für die Digitalisierung und ist permanent in Bewegung und im Austausch. Das Zeichen steht für neue Technologie, Fintech, Blockchain und eine erhöhte Volatilität. Mit Pluto im Wassermann geht es auch um die Dezentralisierung im Kryptobereich, was der Markt natürlich überhaupt nicht gefällt. Die Macht wird jetzt die Zügel entziehen. Und deswegen ist es auch mit neuen Finanzkonzepten zu rechnen. Anhand von dieser Chartanalyse könnt ihr sehen, wie sich der Bitcoin-Kurs im Vergleich zu dem Planeten mit Pluto etc. verhalten hat. Pluto pendelt immer hin und her. Also das heißt, zweimal läuft er zurück in das Zeichen Steinbock beim dritten Übergang in Wassermann ist es dann endgültig nicht, dass er denkt, wie oft sollten diese Pendelei hier noch kommen. Ich habe das Datum vom ersten Lockdown mit einem Preisetikett markiert. Grün eingezeichnet seht ihr der 8. November eine 20-Ober im grünen Kreis. Da erreichte der Bitcoin erstmals einen Höhepunkt mit knapp 69.000 US-Dollar. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine wunderschöne, machtvolle, positive Planetenverbindung. Danach folgte ein Abwärtstrend. Im März 2023 erstmal wechselte dann Pluto für sieben Wochen in das Zeichen Wassermann. Der Kurs ging aufwärts. Als im Juni er wieder zurücklief in das Steinbock, ihr seht es grün schattiert, dann gab es eher so eine Seitwärtsbewegung. Im Januar, also am 21. Januar 2024, wechselte dann Pluto zum zweiten Mal in das Zeichen Wassermann. Der Bitcoin erreichte nach 54 Tagen sein neues Allzeithoch am 14. März. Die Plutotransitebewegung erhaberte Wirkungszeit von geschätzten sieben Wochen. Deswegen alles, was mit Pluto und Ereignissen zu tun hat, muss man immer diese Zeitspanne mit einkalkulieren. Diese gleiche Konstellation habe ich aber auch noch bei Nvidia eingezeichnet. In dieser Chart könnt ihr ebenfalls das alles wunderbar verfolgen. Und immer wenn es einen Wechsel von Pluto in Wassermann gab, gab es einen Kursanstieg. Solange Pluto sich im Steinbock aufhält, ihr seht alle Zeiten hier eingetragen, könnte im Bereich der Kryptowährungen eine größere Korrektur bevorstehen. Vielleicht auch strengere Regulierungen, die das Wachstum verlangsamen. Wenn der Bitcoin abbricht, dann haben die Altcoins auch keine Chance. Generell sehe ich Bitcoin als einen absoluten Wertspeicher. Vielleicht ist es in der Zeit überlegenswert, Positionen zu reduzieren, um bei einem Rücksetzer neu zu investieren. Im Tech-Sektor könnte ein erheblicher Abverkauf zu sehen sein. Während ich das Video mache, ist ja Pluto schon im Zeichen Steinbock und wir sehen ja diesen Abverkauf. Am 19. November 2024 wechselt Pluto endgültig, letztmalig in das Zeichen Wassermann und bleibt dort für 20 Jahre. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wie sieht es im Horoskop von Bitcoin aus. Ich möchte noch mal explizit darauf hinweisen, dass diese Angaben keine Garantie darstellen. Im September reagieren Anleger ja allgemein eher zurückhaltend. Schwankungen bei Bitcoin von 10% muss man immer einkalkulieren. Wer da damit nicht umgehen kann, soll den Sektor gar nicht erst betreten. Im Oktober dürfte ein kurzfristiger Aufschwung ein Aufbau immer eintreten, bevor im Dezember ein mögliches Tief erreicht wird. Bisher ist der Boden von Bitcoin noch nicht klar definiert, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Astrologisch betrachtet wird Pluto zwischen dem 11. und 16. Januar denselben Stand erreicht, wie beim Allzeithoch im März 2024, falls das jemand interessiert. Man sollte sich aber auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Anleger können ja diese Entwicklungen im Auge behalten und ihre Strategie entsprechend anpassen, um mögliche Chancen zu nutzen. Rechts seht ihr Apple-Aktien. Uranus, ganz unterrot eingekringelt, steht in Spannung zum Uranus und zur Venus im Radix. Das sind Verluste, gravierende Umbrüche, die Stabilität ist absolut gefährdet. Da unten, wo der Uranus ist, das ist wie wenn der Sprengmeister bei dir zu Hause sitzt und dir die Hütte wegsprengt. Man sieht es sehr unruhig. Hier gibt es absolut technische Veränderungen, die zwingend notwendig sind. Also da steht einiges im Augen. Im Gründungshoroskop von Apple habe ich natürlich gleich nachgeschaut. Da steht ebenfalls Pluto in der Spannung zu Jupiter. Ich sage immer, es sind die Kreuzritter. Jupiter steht fürs Ausland oder auch Gesetze und Recht. und Pluto versucht zu entmachten. Beziehungsweise etwas Aufgeblasenes kann platzen in einem Wertsystem, in einem regulatorischen System. Da ist mit Verlusten zu rechnen, entweder durch neue Anordnungen, Gesetze oder Sonstiges. Diese Verluste, die hat Apple, also die Verluste weniger, ich nenne es eher die schwierigen Planetenverbindungen, begleiten Apple bis Ende zum Jahr 2025. Jetzt schauen wir mal auf Nvidia. Nvidia ist die unangefochdete Nummer 1 bei den Chips für KI. Nvidia verbuchte ein enormes Wachstum von 122%. Man hat es gesehen, die Aktie ging ja nur nach oben, egal was passiert ist, bis zum 5. August. Ich habe mich so gefreut. Ich konnte Nvidia für 88 Euro einkaufen. Ich handle an einer deutschen Börse. Ich fand es einfach genial. Das war aber der einzigste Ausrutscher bis dahin. Jetzt hat Nvidia seine Marktzahl und alles vorgestellt. Das Wachstum ist drin und dennoch brach die Aktie ein. 540 Milliarden US-Dollar, so viel Marktkapitalisierung hat Nvidia innerhalb einer Nacht verloren. Einfach sind 540 Milliarden, wurden in Luft ausgelöst und das trotzdem Gewinnen. Wenn ich in das Horoskop schaue, links, ihr seht, wo Nvidia drüber steht, steht Pluto die Macht wieder in Spannung zu Mars. Also Pluto die Form der Entmachtung, so a la wie bei Apple. Und das sind dann Angriffe von außen in Form von Macht und Krieg. Das Unternehmer hat eine Vorladung des US-Justizministeriums erhalten. Es geht um Kartelluntersuchungen, Zwecksmonopolstellung. Ich meine, Nvidia hat die Macht, die ist jezeit von allen anderen KI-Chips. Nvidia dementiert das allerdings. In Zeiten starker Pluto-Ainflüsse, wie das, was wir im Augenblick erleben, das hat jetzt aber nur speziell was mit Nvidia zu tun, Da dürfen wir immer mit massiver Kurskorrektur und marktpaniger Rechner, die auftreten könnten. Pluto wird sich auch noch auf der Sonne niedersetzen. Das sind weitere Machtspiele, die dann bis Februar 2026 anhalten könnten. Dann gibt es ja jetzt die KI-Blase. Ihr seht diesen Bericht an der Seite. Vielleicht hat es der eine oder andere Gläser, ansonsten haltet das Video an und lässt es durch. Wir haben keine KI-Blase. Aber ich war ganz neugierig. Ich habe mir das Horoskop vom Mitbegründer Jensen Huang von Nvidia angeschaut. Und die Machtspiele, die Themen mit Pluto sind ebenfalls in seinem Horoskop zu sehen. Ich gehe ganz klar davon aus, dass er sich von etwas trennt. Vielleicht ist es auch ein Geschäftspartner. Ich habe selten so ein geniales Horoskop von einem Menschen gesehen. Ein Visionär, ein Genie mit technischem Verständnis. Er hat einen Masterabschluss in Elektronik. Es ist bemerkenswert. Er setzt all seine Fähigkeiten, was ihm Gott gegeben hat, absolut um. In beiden Horoskopen ist zu erkennen, dass das Wachstum abgebremst wird. Schaut den unteren Kringel. Es steht Saturn drauf. Das ist jedes Mal Saturn auf Jupiter. Ganz am Anfang der Epochenwechsel Saturn-Jupiter. Drei Monate später kam Corona. Wir haben eine Wachstumsbremse. Und diese Planetenverbindung tritt hier in beiden Horoskope bei der Aktie und beim Gründungsmitglied ebenfalls in Betracht. Die Aktie könnte bis Anfang Oktober ein neues Tief erreichen. Bis Mitte November sieht es dann aber schon wieder anders aus. Aber es bleibt extrem volatil. Im Januar ist mit einem weiteren Rücksetzer zu rechnen. Nochmal, die KI ist kein Hype und wir sind in keiner KI-Blase. Es ist jetzt die Phase, wo wirklich alles beginnt. Wenn ich weiterspinne, dann sehe ich oder ich gehe davon aus, dass Nvidia in Zukunft nochmals neue Chips entwickeln wird. Das hat jetzt nichts mit dem aktuellen Blackwell zu tun, sondern es werden nochmal weitere Chips kommen. Es geht um die Transformation der Grafik für eine ganz neue 3D-Welt. Vielleicht so eine Art Hologramm. So wie wenn man sagen kann, ich gehe in einen Raum, der aus einem Hologramm besteht. So a la Raumschiff Enterprise. Aus meiner Sicht ist das Unternehmer oder diese Konstellation unschlagbar. Wichtig ist die Sonnenfinsternis am 2. Oktober. Da kann eine ganz große Korrektur auf den Finanzmarkt kommen. Oftmals bringt Sonnenfinsternis also etwas Enormes mit und auch diese haben eine Wirkungszeit. Bitte beobachtet es, bitte beobachtet auch immer die Schwankungen bei Vollmond und bei Neumond. Hier geht es um plus minus zwei Tage. Die Zeit bietet natürlich jedem Anleger sehr gute Einstiegsmöglichkeiten. Und so sieht er Dezember 2024 auf. Ihr seht oben Jupiter und Saturn wieder mit dieser sogenannten Gradzahl. Das ist ganz wichtig. Da kann sich etwas ereignen. Zum Ersten. Wir haben im Monat Dezember eine absolute Wachstumsbremse drin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das gesamte Finanzsystem ist komplett aufgeblasen. Es wird auch durch die US-Wahle aufrechterhalten. So, dass man nachher sagen kann, der Trump ist schuld oder der oder der. Das heißt, es geht um Schuldzuweisungen, dass den Demokraten nicht irgendein Versagen zugeordnet werden kann. Und ich gehe ganz klar davon aus, zumindest aus astrologischer Sicht, dass die USA in eine Rezession gehen. Da bitte achtet ebenfalls auf die Aktien und dass das gesamte System auch bei uns ins Wanken gerät, so wie bei der Lehmann-Pleide. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis es an die Öffentlichkeit kommt, weil wir stecken mitten in. Venus und Pluto aktivieren diese beiden Graden oder diese in Grad, wo Jupiter und Saturn, ja, stellt dich ein, drin gehabt hat. Und das kann wieder alte Themen mit sich bringen. Pluto steht für die Krise und das Finanzsystem. Verbunden mit diesen anderen Konstellationen geht es um wirtschaftliche Veränderungen. Saturn steht in einer Spannung mit Marko. Das sind die schlechten Nachrichten. Es hat was mit Handel zu tun. Handelseinschränkungen, Boykotte sind möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es eine Überwachungsstelle für Edelmetalle geben könnte oder wird wie damals im August 1935. Saturn und Jupiter, diese rote Linie, das ist unsere Wachstumsbremse. Es werden die steigenden Schulden bewusst. Es kommt ein totaler wirtschaftlicher Zusammenbruch wie bei Corona. Wir haben das doppelt. Einmal den Pluto auf diesen Gradzahlen, Venus auf diesem Gradzahlen. Dann Saturn und Jupiter, das heißt diesen Epocherwechsel, den ich euch beschrieben habe. Ist ebenfalls von der Energie her die gleiche Konstellation drin. Unternehmer und Märkte müssen sich anpassen und es finden Korrekturen statt. Ängste werden projiziert. Und Aspekte weisen auf regulatorische Eingriffe im Finanzsystem. Wer weiß, wie lange dein Geld auf der Bank sicher ist oder wann die Zähne abzwickt werden oder die Börse nicht mehr aufgeht. Aber berücksichtigt die Kriege vor allem, wenn Israel angegriffen wird. Das Finanzsystem ist in jüdischer Hand, weil dann könnten die Kryptowährungen einen absoluten Sinkflug hinlegen. Also die Energie im Dezember und das, was in Erscheinung tritt, ist schon enorm krass. Diese Wachstumsbremse mit Saturn und Jupiter hatten wir im August, taucht aber nochmal im Juni 25 nochmal auf. Deswegen diese Spannung, die ich euch jetzt gerade erkläre, die kann locker bis März eventuell sichtbar sein oder spürbar. Wie versprochen bringe ich zum Schluss das Allerbeste und zwar hier geht es um eine Drachenfigur. Und die Drachenfigur ist die letzte Phase der Geburt der evolutionären Epoche. Dann sind die Geburtswillen abgeflossen. Saturn und Neptun seht ihr links eingezeichnet, wenn die beiden Planete sich im Arm haben. Das ist ein spezieller Zyklus, die treffen sich alle 36 Jahre. Es ist typisch, dass sich in Russland etwas auflöst oder es einen Machtwechsel gibt. Die selbige Konstellation war es, als die UDSSR sich aufgelöst hat, Mauerfall. Und so könnt ihr das immer in diesem Zyklus zurückrechnen, damit ihr wisst, was in Erscheinung tritt. Dann haben wir einen ganz tollen Aspekt. Ich habe es extra in ein dunkelblaues Kreuz in ein Trigon eingezeichnet. Es ist eine Jahrhundertkonstellation. Ich wüsste nicht, wann es überhaupt mal solche Planetenverbindungen gab. Vielleicht gab es es schon mal, gab es aber keine Notizen, keine Bücher oder Sonstiges. Uranus und Pluto, die Machtplaneten bilden einen harmonischen Aspekt auf den Anfangsgraden eines Luftzeigen und setzen ganz neue Energien frei. Wer sich erinnern kann, habe ich in der Chart von Bitcoin eine besondere kraftvolle Planetenverbindung hingewiesen, wo der Bitcoin, also wo das Grün eingekringelt war, mit dem Höhepunkt von 69 US-Dollar. So, und diese Konstellation bekommt dann nochmal eine Verstärkung durch Neptun und Saturn. Auf Nullgrad wieder ist es auch bekannt als der Weltpunkt. Der hat eine ganz bedeutende globale Veränderung, also die er mit sich bringt. Es geht um neue Reformen, es geht um mehr Macht. Es geht auch um mehr Macht für das Volk. Mars im August ist nur der Auslöser. Er setzt die Energie in Bewegung. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein Pässe wie, ja, Mars die Muckis und da wird es alles angetrieben. Die Konstellation gibt es also nur im August 25. Dieses Dreieck, das geht auseinander, trifft sich immer mal wieder, auch mit 4 Grad in den Zeichen. Aber dieser gesamte Zyklus läuft von der Energie her bis zum Jahr 2027. Es geht um Digitalisierung, neue Technologie, Transformation des Finanzmarkts. Diese Zeitangabe dient nur als Anhaltspunkt. Jeder einzelne Planet hat eine unterschiedliche Zeit, wie er wirkt. Der Uranus, der kann es immer nicht abwarten, der wirkt meistens früher. Neptun ist so ein bisschen wie Schmittchen Schleicher. Saturn kann auch schon 14 Tage früher wirken. Und der Pluto, der kommt so ein bisschen wie ein Nachtzykler mit sieben Wochen hinterher. Also, dass das erstmal für euch sehr wichtig ist. KI und Kryptos werden die Welt so verändern wie elektrischer Strom. Keine KI-Blase. Wir sind absolut in den Startlöchern. Alles geht aufwärts. Wassermann ist aber immer mit den extremen Schwankungen zu rechnen. Wer mit den Schwankungen nicht klarkommt, bitte dann investiert niemals in den Bereich von Krypto und so weiter. Ich sehe die größten Wachstumschancen in der Zeit zwischen Mai und August 2025 im Bereich von KI, im Bereich von den Tech-Aktien, Kryptowerte. Aber bitte verfolgt es immer. Was läuft am Bitcoin hinterher? Ich hoffe, ich konnte euch einen gewissen Mehrwert bieten. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich mega, wenn du mir ein Like schenkst oder den Kanal abonnierst. Weitere Infos zu den Finanzen gibt es wieder in meinen Monatsprognosen. Und ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Jasmin.